Ist noch da? Klar, ist noch da. Würde 300 Euro zahlen. Bist du betrunken? Viel zu wenig. Es steht doch in der Anzeige 700 fest. Fliegt gut? Sie ist wie neu. Nur eine Stunde getestet. 300 Euro? Äh, nein. Dann sag, was ist letzter Preis? Hab ich doch schon. 300 Euro? Hallo, was ist falsch mit dir? 700 Euro, es ist ein Festpreis. Viel zu teuer. Abzocke. Dann kauf sie halt nicht bei mir. Bitte, mach doch 300 Euro. Ich komm sie jetzt abholen. Okay, 300 Euro und du bekommst noch meine alte Mini 2 dazu. Schwör? Nein, natürlich nicht. F***, Sohn.